Gut, Runen habe ich in ein Gefecht geritzt, Runen zum Sehen, Runen zum Frieden, Nutze Wasser, mit der Heiligen Schafsgabe und die Version werden die, ah ok, äh, ne, Schafsgabe, das war das hier, oder? Ah, ok, hä, Baum, hm, da ist was, aber wo ist denn das? Ach, ich weiß, wo das ist, ich weiß, wo das ist, ist mir eingefahren, zurück, 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 da, schlau, schlau. Ich hasse Frost sowieso, keine Sorge. Ok. Hm, hm, nicht gut, gar nicht gut, aber wie man sagt, kriege ich es recht hin. Die Erde, nicht voll an, Herr der Ringe. Hier, die Elf in der, ich weiß nicht, wie die heißt. Gut, können wir vielleicht, äh, immer, Gott, ich gehe immer so weit, aber geht das jetzt? Ok. Gruselig. Kann man hier was sehen? Nein. Und hier? Auch nicht, kann man da jetzt rein und da ist vielleicht was? Ah, hier war ich ja. Zurück. Da steht doch was. Da war doch eben an der Stelle was. Hä? Hab ich Hallos? Klappt das so? Na. Na. Schau. Okay, dann sind wir weiter, Alter, ja? Singen dann die Lieder, die ich keine hören will. Hier ist nix. Wie ist das denn? Uh, gewittert man auch nicht. Easy. Boot. Hm. Da ist auch nix. Alter, mein Herz. Okay. Habt ihr fertig rumgeheult? Crazy. Ach du scheiße, super. Jetzt weiß ich wofür. Der mit der Axt hat Orange. Ja, ich sag das mal so mit Axt Orange. Hört sich da auch schön an. Hört sich echt schön an. Noch weiter zurück hier? Nix. Gut. Jetzt müssen wir... Aber ich krieg da nicht alles in den Kopf rein. das weiß ich jetzt schon. Axt nach rechts grün. Gut. Die Axt nach rechts grün. Merken wir uns. Ah ne, war richtig. Gut. Da ist nix. Jetzt fehlt uns... Wir hatten noch einen gesehen. Wo war das? Wo war das? Hier? War das da oben? Wer bist du? Wer bist du? Ja, das ist scheiße. Silber, okay. Das ist... Was ist das denn? Okay. Und wie ist jetzt die Lösung? Boah, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht fehlen wir noch irgendwo. Das nicht. Das lassen wir weg. Also da haben wir ein Rätsel gehabt. Okay. Was ist denn echt? Speer hat blau. Okay. Speer hat jetzt blau. Gucken wir uns mal an. Ja, ja, ja. Speer hat blau. Oh. Das ist richtig. Oh. Richtig. Gut. Oh. Ich habe dich schön gesorgt, ich bin sehr stolz auf euch. Was ist das? Okay. Alba Odin, der Wanderer, hat auch er diese Wände gestreift. Die stellt irgendwelche Runensteine auf, wie die auf der Insel hier. Die benutzen Runenmagie wie die alten Legenden. Wohin kämpfen sie, es ist Nebel gehört. Das ist keine Ahnung, was ist das? Oh. Ich habe eine Das costume schon gesagt, ich versuche ich diese Wände. Ich habe die Insel hier in der Wände und die Wände gestreift. Das ist eine freie Wände und auch eine Leine. Ich bin von damals, in der wände ich die Wände in den Wände. Was ist das jetzt im Zeichen? Okay. Ein Silberbescher, ja schön. Leiche. Ah, Moment, war das hier? Kann ich das da jetzt reintun? Nee. Gut, nein. Jetzt haben wir Silber. Da ist weg. Silber. Vielleicht dieses komische Wesen da. Was jetzt? Süßes Kännchen. Pferd. Ja. Da zeige ich ein Pferd folgen. Wer ist ein Pferd? Äh, war hier nicht ein Pferd? Ah, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. War das hier? Nein. Irgendwo war es doch mit Pferd. Ich glaube, das ist gemeint. Aber wo das jetzt war, weiß ich gerade nicht. Ähm. Was hier? Ich glaube da. Ah, okay. Oh Mann, super. Das ist das Bild. Zurück. Ja. Jetzt heißt es, wir können immer wieder zurücklaufen und uns das eine Bild da ansehen. Und so weiter rausfinden. Gut. Na super. Das da ist es wohl. Da ist ein Pferd. Ja. Wir tun auch die Wesen, wo ich sitze. Frau. Axt. Schwert. Schwert. Ich mach mal ein Bild davon. Ja, ich sehe das jetzt nicht, da ich ein Foto gemacht habe. Aber ich habe ein Foto gemacht. Weil ich habe ihn gezeichnet wie ein Vieh. Okay. Geht zurück. Ich habe das so richtig. Hoffe ich mal. Ich habe ja null Ahnung. Mhm. Hm. Nein. Hä? Ach so. Ich glaube, das war so. Dann kam Axt, dann kam Schwert. Ich bin verwirrt. Ich habe Foto zur gemacht. Hm. Die haben alle Schilder. Der letzte sieht aus wie ein Foto. wie ein... Hm. Der hat ein Schwert. So ein Schwert. Der auch. Hm. Schwierlich. Vielleicht hier? Nein. Irgendwo muss das die Lösung sein. Aber ich finde die nicht. Da drin? Ah ne, das war ja das Hinweis nach dem. Der kann auch nichts erzählen. Scheiße. Was machen hier Bilder? Ich vollidiot. Das Bild ist gemeint. Ja super. Wenn man so ein bisschen nachdenken würde, findet man die Lösung. Na, so. So, Foto habe ich gemacht. Kind. Okay. Und wieder dahin. Hm. Diese Wege sind so anstrengend. Obwohl ich nur sitze. Es ist anstrengend. Glaubt mir. So, jetzt können wir das ändern. Kind. Dann kommt die kleine Axt. Dann Speer. Dann kommt die große Axt. Und dann kommt ein Schwert. Hä? Oh, jetzt. Okay. Hier, Pferdchen. Höher. Galopp. Hier. Mhm. Okay. Okay. Wohin reitet das Pferd? Da sind wir links. Wie reitet er hier hin? Nö. Ach so, da. Will er da rein? Okay. Ja, ich frage mich das auch. Wie kriege ich das jetzt hin? Kann mir eine Schaufel geben? Wollte ich jetzt eine Schaufel suchen, oder was? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Aber ich finde keine Schaufel. Ist da eine drin? Wir wissen es einfach nicht. Kann man zünden. Gut. Kann man das erste reinpacken. Das Feuer brennt. Ja, ja, ja. Wir brauchen eine Schaufel. Oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir eine finden. Die Tür ist noch zu. Hm. Warum ist die Tür zu? Äh, die Truhe. Ach, ich bin so doof. Hm. Hm. Kommen wir mal hier. Ja, da kommen wir immer noch nicht dran. Oh, Schütze. Schaufel. Wo könnten wir eine Schaufel finden? Ich weiß es nicht. Da unten? Nein. Schaufel. Wo bist du? Schaufel. Wo steckst du? Okay. Hm. Hm. Ich bin ehrlich gesagt gerade mega vorfragt. Ich finde hier keine Schaufel. Oh. Ich sag nix mehr. Ich sag nix mehr. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich halt lieber die Klappe. Ist besser. Vielleicht. Jetzt. Oh. Zurück. Da lang. Da lang. Da lang. Nein. Wo ging's lang? Äh. Da lang. 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 Da lang